Und uns ist es eigentlich ziemlich egal, ob er gelebt hat oder nicht. Doch nun wird das höchste Zeit, denn unser Tisch in der Burg ist reserviert. Das hier ist es, das Geheimnis des Burghotels. Halbe Hühner werden Sie jetzt vielleicht sagen oder Gückeli, wie es bei uns in der Schweiz heißt. Allerdings, das ist es nicht alleine, sondern es ist vor allem die Soße. Ein absolutes Geheimrezept, das sogar patentiert wurde. Frau Imholz, ich komme jetzt schon so lange zu Ihnen, wenigstens mir können Sie doch das Rezept verraten. Nein, Herr Leonhard, das werde ich nie tun. Dann müssten Sie ja nicht mehr zu mir kommen. Stimmt doch, oder? Tja, ich habe es mir fast gedacht, dieses Geheimnis konnten wir zwar nicht lüften, aber wer weiß, vielleicht konnten wir es ja ein bisschen neugierig machen. Und Sie starten in dem Burghotel in Attinghausen selber einen Besuch ab.